Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, wir spielen heute schon eine Runde Skywars und wie ihr seht, nehme ich gerade mein Intro außerhalb der Runde auf, liegt daran, dass in Skywars die Runden sofort anfangen und da ist für das Intro ein bisschen wenig Zeit und ja, wir spielen heute ein paar Runden Skywars und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, ich werde das vielleicht so ein bisschen zusammencutten und dann sehen wir uns gleich in der Runde, bis gleich. So, in der ersten Runde angekommen, wir looten direkt, bin ich der Beste in Skywars, aber ich hoffe, das wird relativ genügen, ich habe früher mal Skywars gezeugt, beziehungsweise öfter Skywars gezeugt, deswegen denke ich, wird das schon irgendwie. Okay, hier ist der erste Gegner, den haben wir auch direkt runtergehauen, perfekt. Das war es ja mal komplett, würde ich sagen. Okay, hier ist gerade ein stabiler Fight, würde ich sagen. Ihn hauen wir weg. Ihn hauen wir auch weg. Oh shit, bro. Let's go. Und ihm geben wir auch richtig. Zack, er ist auch runden. Bruder, das war ja das, was ja komplett hat, der ja drei Kills auf einen Schlag. Let's go. Perfekt. Komplett weggekommen, bot. Nein, es ist jetzt ein Hafer, einmal sogar gedroppt. Ah, er hat auch die, die Picke. Okay. Okay, haben wir noch. Perfekt. Okay, wir sind auf jeden Fall in der nächsten Runde angelangt. In Skywars kommt man irgendwie zu nichts, habe ich das Gefühl. Ja, eigentlich wollte ich darüber reden heute, dass ich extrem motiviert bin dadurch, dass ich jetzt alles soweit eingerichtet habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Also vorhin Thumbnails und so habe ich jetzt so das perfekte Maß gefunden und so. Ja, das wollte ich heute eigentlich darüber reden, aber irgendwie kommt man hier zu nichts, wenn man Skywars spielt. Aber ist noch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben jetzt Zeit, von daher passt es. Wir gehen auf jeden Fall schon mal rüber, zack, ja. Oder er kommt drüber, auch eine Idee. Okay, haben wir auf jeden Fall runter. Perfekt. Okay, wir sind in der Mitte. Ich glaube da oben, er da oben, fighten gerade zwei. Okay, ihm haben wir einen Hit gegeben. Er ist down. Okay, perfekt. Oh. Ah, hat er gut gemacht. Ja. Okay, Locus, nächste Map. Auf jeden Fall am Start. Ich glaube, ich muss den Modus mal ein bisschen öfter spielen, weil ich bin echt, habe ich gemerkt, richtig schlecht im Modus. Holy shit, ich bin so bad einfach. Ich werde den Modus mal ein bisschen öfter spielen, damit er euch auch ein bisschen mehr liefern kann, weil er sieht so bad aus einfach. Perfekt, ihn haben wir auf jeden Fall runter. Nice, nice, nice. Wir gehen sofort zum nächsten. Okay, nice. Perfekt, ein bisschen Loot ist noch da, ein bisschen übrig geblieben. Ja, ich glaube, wir chillen einfach mal. Ich habe Bock, irgendwie eine Runde zu gewinnen, deswegen chillen wir einfach mal und sind vielleicht ein bisschen am Abstauben. Ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Skywars war jetzt ein bisschen chaotisch, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen chaotisches Video, aber wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo auf dem Channel da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal.